Dein Server ist verflucht. Halt den Maus, der ist besser als dein PC. Johnny könnte ein Watt 1x1 machen. Multi-Dement-Hunter, darf ich bei euch morgen Gast sein? Hab kein Mikro und keine Adresse. Darf ich mal mitspielen, bitte? Darf ich mal mitspielen, bitte? Kannst du Crack-Server machen? Fooking Isis, die Sohlen sterben, fickt die Isis. Cooles Video. Sagt mir bitte, wenn sich mal als Gast dabei sein kann. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Wann kommt das nächste Video? Und kann ich vielleicht mal mit dir auch HG machen? Ich hätte nämlich richtig Bock, das mit dir zu machen. Ausrufezeichen, 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 Smiley Face. Noch 7 Abos und Multi und ich nehmen zusammen HGs auf. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Juhu, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Habt ihr eine Kontaktanfrage geschickt? Schreib einfach, wenn wir dann zusammen HG machen, okay? Antwortest du mal bitte? Ja, soll ich dir eine Kontaktanfrage schicken? Okay, soll ich da noch aufnehmen? Kann ich mit dir vielleicht HG-Videos machen? Moin, darf ich mal mit euch zocken als Spezialgast? Beim Tagesablauf habt ihr Masturbieren vergessen, Doppelpunkt P. Was ist denn Masturbieren? Zocken, ihr LOL! Baut mal Eichschloss namens Pilzkönigreich. Multi Demon Hunter, kannst du mich bitte abonnieren? Ich kaufe mir, ähm, äh, Juli, kaufe ich mir einen geilen PC. Wer ist Juli, den ihr einen PC schenken wollt? Wer ist Juli? Wer ist Juli? Wer ist Juli? Am besten ne Carry. Boy ist die Sing. Hä? Mit was nimmst du auf? Mit welcher App? Und man kann 9x9 Chinas laden lassen, Zwinker. Fick dich! Wen ihr den Generator Kohle rein tut und was daneben schlisst, z.B. MFE, gibt es Energie, nur so als Tipp. Irgendwie gibt es bei mir keine Eisentanke, auch wenn ich sie auf Deutsch suche. Ich weiß, ich hab keine Freundin. Wie heißt dein Headset? Oder hast du ein Mirko? Also weder Headset noch Mirko. Aber ich hätte da einen Peter. Es laggt wegen den Regen. Dumm? Du musst den Endertank das Rad drehen. Ich liebe Weltreisen, Zwinker. Ich liebe Weltreisen, Smiley Face, Zwinker. Du musst alles andere aus der Marine tun und es muss mit einer Pumpe betrieben werden. Alter, jetzt verarscht dein Freund schon die Österreicher oder was? Alter, ich könnte ausrasten. Ich verarsche Deutsche doch auch nicht. Okay, pass auf. Was ist der Unterschied zwischen einem deutschen Weinbrand und einem österreichischen Kopf? Der Weinbrand hat Geist. Multi. Hey, Multi. Kann man eigentlich mit euch paar Games zocken? Multi. Multi. Hey, Multi Demon Hunter. Ich finde, dass es langweilig ist. Aber ich will es trotzdem gucken, irgendwie. PS. Das war alles Spaßen. Der heißt ja Florian Obenauf. Also ist dein Kopf oben auf und das Hirn ist weg. Was? Was für ein Bezirk wohnst du, Ö-Ober-Rö-Rat-Reich. Was? Bald hast du die 4000 Abösche. Äh, Abos. Einfach nur Scheiße.